Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Doppelpack. Günstiger. Einer Schlüsselfolge quasi. Neben mir sitzt der WM-Finalist Italien unter den Podcastern, der liebe Tommy. WM-Finalist Italien? Ja. Verstehe ich nicht. Nein, weil Italien ja so oft im WM-Finale war und du bist ja auch so ein großer Finalist. Ach so, okay. Ich habe dir ein bisschen geschmeichelt. Ich habe die Schmeichelei nicht ganz verstanden. Entschuldigung. Zu meiner Rechten. Stefanie, die, komm, wir bringen es einfach nochmal, die Bettina Rust des Doppelpacks. Also ich würde mir, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass du dir auch mal ein bisschen kreativer was ausdenkst über mich. Du kannst nicht jede Folge sagen, dass ich die Bettina Rust bin. Okay, okay, okay. Nächstes Mal Hausaufgabe eingetragen und dann kriegen wir das hin. Okay. Wir sind zurück, nachdem wir unsere erste Premieren-Folge mit Jörg veranstalten durften. Vielen Dank nochmal an dich, Jörg, wenn du jetzt zuhörst. Wir haben immer noch drei Freitickets für eine Hypno-Session. Wir möchten uns auch für das viele Feedback bedanken. Zu unserer ersten Folge, da ist zahlreiches eingegangen und macht wirklich hauptsächliches positives Feedback, was Tommi und mich natürlich sehr, sehr freut. Auch heute sind wir wieder nicht alleine. Heute bei uns ist der Julian, eingeflogen aus Südtirol. Hallo Julian erstmal. Hallo. Ne, und bevor ihr überhaupt erfahrt, wer Julian so ist, hat Steffi noch eine coole Geschichte für euch? Genau, was wir irgendwie so in den letzten zwei Wochen getrieben haben. Unter anderem waren Julian und ich auf der Republika abends, vor zwei Wochen. Du warst an drei Abenden da, ich war an zwei Abenden. Wir haben uns nur an einem Abend gesehen, ne? Ne, also drei Abende hintereinander, Respekt. Genau, ich war auf der Republika abends ab 18 Uhr, war freier Eintritt und gab es auch ein paar alkoholische Getränke. Panels habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Also ich habe gesehen, dass Ranga Yogeshwar gesprochen hat, aber ich habe ihm nicht gelauscht. Ich war auch da. Genau. Aber nur anderthalb Abende, wo wir uns, glaube ich, immer verpasst haben. Stimmt. Kurze Frage, wie fandest du den Romano? Welchen Romano? Der am Freitagabend. Hast du das Konzert nicht gesehen? Das war doch der Secret Act am Freitag. Ja, stimmt, das habe ich euer Story gesehen, aber ich wusste nicht, wo der war und wer der ist. Achso, aber warst du schon so ab 21 Uhr dort? Nein. Stimmt. Na gut, das erklärt einiges. Wir kamen erst später hin. Wir kamen um 11 oder so. Ne, um 22 Uhr hat er angefangen. Ne, aber Romano war nicht mein Ding. Wie sah es bei dir aus, Shelly? Ne, also ich habe ja so viel, ich habe ja wirklich noch keinen Song von ihm gehört. Schlaffst du auf den Po? Habe ich auch noch nicht gehört. Und ich habe nur immer gesehen, er wurde halt so gehypt in den Medien, auch so von Mitvergnügen und so. Aber ich habe ihn nie gehört. Muss auch ganz ehrlich sagen, war nicht so meins. Also ich teile deine Meinung. War jetzt nicht so, fand ich jetzt auch nicht gut. Ja, der macht halt so, möchte gern Köpenick und so. Naja, ich meine... Ich gehe halt bei meinen Arctic Monkeys, die übrigens in der letzten Woche ein Scheiß-Album rausgebracht haben. Wobei ich mir überlegt habe, heute habe ich einen Song gehört. Ich wollte ihm nochmal eine Chance geben. Da nämlich der beste Autofahrer der Welt, a.k.a. dein bester Freund, das ein bisschen verteidigt hat. Ich habe diese Sprachnachricht nicht ganz verstanden. Ich habe sie auch nochmal gehört. Ich habe nicht verstanden. Ich gebe dem nochmal eine Chance, aber die Arctic Monkeys, wie sie früher waren, möchte ich. Fertig, fertig aus. Genau, ich führe mal weiter fort, was ich in den letzten zwei Wochen gemacht habe. Tinge, die Steffi nicht interessiert. Kommt, deine Arctic Monkeys. Ich habe das so sehr abgefrühstückt. Es war ja Christi Himmelfahrt oder Herrentag. Männertag. Genau, ich habe eine Konterrevolution gestartet und zwar mit meiner besten Freundin Suse, in deren Garten auf Liegestühlen verbracht und in der Sonne gebrutzelt. Ich habe nichts mitbekommen, was in Berlin an Bollerwagen besoffenen Männern, Vätern rumgelaufen ist, rumgefahren ist. Ich bin jetzt sehr gespannt über eure Geschichten, was ihr an... Es ist immer noch Christi Himmelfahrt und es ist immer noch Vatertag und nicht Herrentag. Was hast du an Männertag getrunken? Ein Herrengedeck getrunken. Oh, schön. Korn und Bier, das rate ich dir. Ja, war gut. Ein Herrengedeck? Zu Beginn. Wie viele wurden es? Weißt du es noch? Es bleibt, glaube ich, ein Geheimnis. Ah, es wird eine Schlüsselfolge heute. Tommy, was hast du am Herrentag gemacht? Ich möchte dir nochmal kurz sagen, dass ich mich in den Umständen entsprechend gut fühle. Nachdem ich Montag, Dienstag krankheitsbedingt ausgefallen bin und arge Angst hatte, den Männertag 2018 nicht zu erleben. Aber ich bin Kämpfer. Ich habe mich durchgekämpft und habe den Männertag gefeiert. Wer letztes Jahr zugehört hat, was ich an Männertag gemacht habe, es war genau dasselbe. Wie jedes Jahr. Morgens um elf. Oh. Morgens um elf haben wir uns in Eichwalde, meiner Heimatstadt, getroffen. Wir waren natürlich wieder etwas später dran. Und ich wurde kontrolliert von der lieben BVG und S-Bahn. Und ich habe meinem Kumpel André gesagt, in Ostkreuz hol mein Fahrradticket ABC. Damit wir mit unserem Fahrradticket einfahren können. So. Und ich habe schon gedacht, das wäre so Quatsch, weil es ist halt Herrentag. Ja, ganz ehrlich. Welcher Kontrolleur stellt sich fremdlich in eine Bahn und kontrolliert? Genau dann kommen die Kontrolleure. Das ist absoluter Bullshit. Ihr wisst ja schon, dass es jetzt kommen wird. Aber das ist eine Frechheit der Natur, ich sage es euch. Also, wir steigen ein und hatten halt unser ABC-Fahrradticket über die App gebucht. Und ja, alles cool. So, dann sind wir in Grünau. Letzte Station vom C-Bereich. Und ich hatte eine Monatskarte, die aber nur A, B galt. Ja. Dann fährt die Bahn los und auf einmal stehen die zwei Kontrolleure auf. Nein. Und ja, dann zeigt man die Fahrkarte. Ich hole meine Monatskarte raus. Die wird abgescannt. Und ich dachte dann schon so, ach ja, cool, hat er abgescannt. Und im gleichen Moment sagt er, ja, und der Anschlussfahrausweis. Fuck. Und ich so, oh scheiße. Habe ich nicht dran gedacht. Habe aber auf meinen Kumpel verwiesen, der für uns zwei Monatskarten über das Handy, äh, nicht Monatskarten, Fahrradkarten für ABC. Und dann hat er gesagt so, ja, nee. Blöd. Also der war eigentlich ziemlich nett, weil er meinte dann zu mir, ja, also Ausweis her, dann hat er da meine Daten aufgenommen. Ich wurde noch nie kontrolliert. Also doch, ich wurde schon mal kontrolliert. Aber meine Personalien wurden noch nicht aufgenommen. Naja, dann hat er meine Personalien aufgenommen, meinte dann zu mir, ja, ähm, da gehst du morgen mal zur S-Bahn, am Ostbahnhof und dann ist alles cool. Ähm, beziehungsweise kannst du versuchen, da noch was zu retten. Ja. Ähm, die Kollegin von ihm meinte noch so, ja, äh, müsste er denn nicht auch noch 60 Euro bezahlen? Und dann so, nee, nee, es war ja sein Verschulden. Ich habe auch gesagt, ja, es ist mein Verschulden. Und, äh, 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 also eigentlich hätten wir mal 20 zahlen müssen. War dann am Freitag da und dort hat sie gesagt, ja, ich muss nicht e-Mail schreiben. Äh, ich muss eigentlich 60 schreiben, aber ich habe eine sehr charmante E-Mail geschrieben, die demnächst auf Twitter zu finden sein wird. Ähm, egal wie die ganze Geschichte ausgeht. Nee, und, äh, Herntag, ja. Bierball mit ehemaligen Schulfreunden habe ich gespielt. Dann, äh, noch mehr Bierball, noch mehr Bier und Volleyball und Fußball. Dort haben wir wieder ein kleines Kind, ähm, aufgegabelt, was mit uns mitspielen konnte, weil wir wieder ungerade waren. Hat das angefangen zu weinen, als es dich gesehen hat? Ähm, ja, vor Glück, weil er hat gesehen, wie man richtig geil Fußball spielen kann. Ich habe, also ein paar Tricks habe ich rausgehauen, da war ich, uiuiuiui. Dabei liegen deine besten Tage ja auch schon sehr lange zurück. Das stimmt allerdings, also wäre ich jetzt noch in Form, boah, das wäre krass. Naja, auf jeden Fall, das war mein, mein Männertag. Irgendwann um neun sind wir zu Hause gelandet. Und... Dafür warst du am Freitag relativ fit im Büro. Also, ich war sehr erstaunt am Freitag. Ich bin zu alt für Kata. Okay, ich glaube, das ist ein Statement, was die letzten zwei Wochen, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Und ich würde sagen, wir lassen das jetzt auch einfach mal so stehen. Okay, dann lassen wir das so stehen. Dann würde ich mal sagen, damit ihr überhaupt wisst, wer der Julian überhaupt ist, haben wir wieder einen kleinen, eine kleine Beschreibung. Ein kleines Intro vorbereitet. Ich würde fast sagen, ein Gedicht. Ein Gedicht. Aber ein Gedicht für die Ohren. Und von daher, hört rein. Stehen vorgetragen? Was? Nein, nein, nein. Mit Orchester. Das kommt vom Band, Mann. Seinen Schlüssel vergessen? Nicht mit ihm. Was unser heutiger Gast aber gut und gerne mal vergisst, ist sein Alter. Er vermutet 26 Jahre. Plus Minus. Das kann mitunter daran liegen, dass er meist im Kopf schon viel weiter ist als in der realen Gegebenheit. Er ist ein lustiger Typ, spontan, keck und nachdenklich. Seine Hobbys sind passiver Fußball, in Berlin rumlaufen, ja, das tut er tatsächlich, und mit zwei ziemlich verrückten Leuten weggehen und es gerade noch irgendwie so nach Hause schaffen. Unser Gast ist ein Emo-Typ, was sich darin zeigt, dass seine geschriebenen Texte immer mit Emojis kommen. Ohne sein Smartphone geht gar nichts. Ohne seine Powerbank aber auch nicht. Sein Lieblingsdoppelpack sind Nudeln, Nudelsauce und Parmesan, davon aber bitte nicht zu wenig. Seine Mutter weiß zwar nicht genau, was er macht, ist aber doch ganz stolz auf ihren Jungen, dass er dank Nudeln, Nudelsauce und Parmesan da draußen in der Welt nicht verhungert. Sein erstes Haustier war ein belgischer Schäferhund und hieß Ringo, wie so ziemlich alle Hunde bei ihm zu Hause, da er das Ernie aussprechen konnte, als er klein war. Sein größtes Geheimnis bleibt verschlüsselt, aber sein Lifehack verrät uns gerne. Wenn die Reise mal nach Italien oder Südtirol gehen soll, bucht eure Tickets über die ÖBB und den Sitzplatz über die Deutsche Bahn. Die ÖBB hat die günstigeren Sparpreise und bei der Deutschen Bahn kann man sich hier einen Sitzplatz aussuchen. Machen wir. Versprochen. Wir freuen uns sehr, dass er heute unser Gast ist. Herzlich Willkommen, Julian. Herzlich Willkommen, Julian. Also ich möchte mal kurz die Aufmerksamkeit auf Steffi. Wahnsinn. Also ich habe mich gefühlt wie von Peter Urban ummantelt, wenn er gerade den Eurovision Song Contest oder wie. Ich bin die weibliche Peter Urban. Das hat ja auch so ein bisschen was von Sibylle Berg. Oh ja, Sibylle Berg. Stimmt, stimmt. Da hast du recht. Naja, aber es geht jetzt um dich. Hallo Julian. Hallo. Herzlich Willkommen. Genau, vielleicht erzählst du erst mal ganz kurz, wer du bist, denn ja, wie viele, was du so treibst in deinem Leben privat und beruflich und genau. Ja, also ich bin der Julian. Meistens bin ich einer. Sehr gut. Abends vielleicht einer. Was ich so beruflich mache, das ist relativ einfach. Also ich bin bei Wire, da wo wir heute auch sitzen hier. Wire ist? Wire ist ein Messenger, also eine Zähne verschlüsselt. Für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen. Und da bin ich im Grunde als Business Development Manager tätig. Und bin praktisch so die Brücke zwischen externen Unternehmen, die Wire gerne nutzen würden und wir als Wire, die das gerne an die Unternehmen verkaufen würden. Also man trifft dich auf Messen, Konferenzen, hat mit dir viel Kontakt, wenn man halt sich auf sichere Lösungen sorgt oder kümmert oder wie man möchte. Ja, genau. So was. Wo kommst du ursprünglich her? Südtirol. Italien. Italien. Was meinst du, freust du dich auf die WM? Ich bin ja Spanien-Fan. Echt, ja? Ich kann mir das nicht vorstellen, ich könnte mir niemals vorstellen, als Deutscher für ein anderes Land zu sein. Ich könnte nie ein Fan von Brasilien sein, so geil im Fußball. Wie kommt es, dass du für Spanien bist und nicht für Italien? Ja, so Südtirol ist ja so im Fußball ein bisschen zweigespalten. Also entweder ist man irgendwie Bayern-Fan. Ja. Ach echt? Ja, weil die sind, also ich nehme an, weil, also München ist ziemlich nah. Ja. Also es ist eigentlich dann das naheste Stadion, um Champions League zu sehen. Das stimmt, ja. Weil Turin, Mailand, ist halt alles viel weiter. Und Salzburg ist nie in der Champions League. Genau. Und die haben halt auch ein Trainingslager seit Ewigkeiten irgendwo bei uns in der Region. Ja, in der Region. Okay. Und wahrscheinlich auch, weil die halt irgendwie ein deutscher Verein sind, also weil Südtirol ja, die meisten Leute sprechen halt einfach Deutsch da. Und die andere Hälfte, die ist halt Italien-Fan, Juve, Mailand, Inter. Da habe ich mir gedacht, da mache ich mit und bin Real-Fan. Du bist Real-Fan. Wo du ja gedippt hast, dass Real ausscheidet. In der letzten Folge. Ja. Ja, ich habe es stark gehofft, weil ich Real... Der Klopp-O-Markt. Ah, naja, nee. Barcelona und Real ist halt so ein Ding. Und ich mag halt Messi nicht. Ich mag Messi nicht, weil der halt so... Dann kannst du ja Real-Fan sein. Ja, aber nicht gegen Liverpool. Ach so. Weil da ist ja der Herr Klopp. Und der Herr Klopp war ja mal beim sehr guten Verein in Deutschland. Ja. Mainz 05. Jetzt willst du, dass das kommt. Nee, aber gut. Du bist jetzt wie lange bei Wire? Lass mal schauen. Ein Jahr und drei Monate. Februar letzten Jahres. Stimmt. Februar letzten Jahres. Jo, du kommst so vor, als wär's extrem lang, da wir auch beruflich ab und zu mehr zu tun hatten. Ja, bis heute. Na, heute nicht mehr so viel, aber... Jetzt weniger. Jetzt weniger. Genau, nee. Aber deine Leidenschaft für Datenschutz, so kann man das schon so ein bisschen sagen? Oder wie würdest du das sagen? Hast du mit Datenschutz... Seit wann beschäftigst du dich überhaupt mit Datenschutz? Weil unser Thema heute soll sein, ob Datenschutz endlich oder ever. Ob Datenschutz einfach im Mainstream angekommen ist. Und genau. Deswegen haben wir dich auserwählt. Und wie lange beschäftigst du dich schon mit der Thematik? Ja, sagen wir mal, mich interessiert mich da schon so eine Weile eigentlich dafür. Und ich glaube so, Edward Snowden hat da so ein bisschen, oder damit hat es ein bisschen Fahrt aufgenommen, würde ich mal sagen. Weißt du noch, welches Jahr das war? 2013, ja. Aber ich meine, da hat halt das Thema so ein bisschen mehr an Fahrt bei mir aufgenommen einfach. Und irgendwie war es halt vorher so, dass ich recht ein Google-Fanboy war, würde ich mal sagen. Wo ich heute eigentlich keinen Dienst mehr davon nutze. Und also so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Also ich war halt immer eigentlich schon so interessiert an Technologie grundsätzlich. Habe aber dann auch immer mehr hinterfragt, was die Technologien in den Händen von gewissen Unternehmen dann halt macht. Oder wie die damit umgehen, weil Technologie ist halt selten gut oder böse. Das ist halt meistens nur, was man daraus macht. Genau. Aber ich würde mal sagen, mit Edward Snowden, mit der Geschichte, oder mit dem, was er aufgedeckt hat, hat das schon so ein Fahrt zugenommen einfach. Also da sah ich mich schon so ein bisschen persönlich verletzt in meinen Rechten da. Echt, ja. Hattet ihr auch in Italien so soziale Netzwerke, die sich so neben Facebook etabliert haben? Ich meine, in Deutschland, wir hatten halt StudiVZ. MySpace war auch noch so ein Ding, was halt so kam. Gab es in Italien auch so kleine Online-Plattformen, die sich so aufgebaut haben? Und dann quasi auch irgendwie mit euren Daten gehandhabt haben? Das kann ich dir gar nicht sagen, weil mein Fokus immer schon so eher Richtung Norden ging. Also ich war immer schon in den ganzen Sachen, die in Deutschland passierten, eher involviert. Okay. Und weiß daher so netztechnisch nicht mal so viel, was in Italien so passiert. Also ich war auf MySpace. Wie hat das eine Ding geheißen? Davor gab es Friendster. Nee, Friendster nicht, aber da irgendwie so ähnlich wie Netflix. Napster? Nee, Napster war was anderes. Ich weiß es auch nicht mehr. Naja, ist ja auch egal. Also für uns soll heute das Thema Datenschutz eine große Rolle spielen, inwiefern uns das alle irgendwie betrifft. Und ob es jetzt nicht einfach an der Zeit ist, auch mal sich selber um Datenschutz zu kümmern. Und genau, das wird im Mittelpunkt stehen. Ich habe auch, oder sagen wir so, unser Redaktionsteam, was im Hintergrund arbeitet. Jeff und ich sind nicht alleine. Wir haben eine ganze Menge Elfen im Hintergrund. Zehn plus Leute, die für uns recherchieren und die Hintergrundarbeit machen. Herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, danke an unsere Helfer. Nee, aber es gab jetzt gerade erst eine YouGov-Studie, die besagt oder belegt, dass fast die Hälfte aller Deutschen das Gefühl hat, die Kontrolle über die eigenen Daten verloren zu haben. Was schon mal positiv ist, dass es wenigstens ein Gefühl dafür gibt, dass mein Bewusstsein dafür halt da ist, dass die Daten nicht unbedingt sicher sind. Und darüber hinaus ist die Mehrheit auch der Meinung, dass ihre Daten innerhalb und außerhalb des Internets nicht ausreichend geschützt sind. Dementsprechend nimmt halt dieses ganze Thema Sicherheit und Privatsphäre in diesen Tagen halt extrem an Fahrt auf. Und das ist irgendwo schon meines Erachtens ein Durchbruch in unserer digitalen Zeit, die ja in den letzten Jahren viele Neuerungen mit sich brachte. Natürlich ist Deutschland ja noch so ein Land, wo die Digitalisierung so ein Stück für Stück geht. Aber es kommt mehr und mehr auch beim Normalverbraucher an. Und ja, das aktuellste Beispiel ist natürlich der Facebook-Skandal, wo sich ja der Herr Zuckerberg vor einigen Wochen verantworten musste. Und der wurde richtig geroastet. Das war eine absolute Farce. Hast du das verfolgt? Ja, das war sehr interessant. Also das ist wirklich stark. Und ich glaube, das war auch ein entscheidender Impuls, weil es ja auch durch die Nachrichten ging, wie er sich verhaspelt hat. Also nicht verhaspelt hat, aber wie er Sachen gesagt hat, die einfach nicht so stimmen können. Beziehungsweise die so konform mit dem Gedanken sind, was halt Datenschutz mit sich bringt. Wobei eine Sache würde ich da anmerken, die, die ihn befragt haben, wurden ja so ein bisschen als plump dargestellt. Ich meine, ich wollte gerade sagen, die Senatoren, die haben ja noch weniger Ahnung gehabt, und sich teilweise auch in den Fragen wieder gespiegelt hat. Bei manchen Fragen war das auch so ein bisschen plumpend dargestellt nachher. Wie zum Beispiel das, wo er den Senatoren da so ein bisschen erklärt hat, wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung funktioniert, oder dass WhatsApp gar nichts lesen kann, weil die ja Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Damit ist die Geschichte aber gar nicht fertig. Also das wurde nachher so ein bisschen plump dargestellt. Aber die Sache ist ja auch die, dass die, da gibt es so eine Geschichte, ich müsste die nachschauen, aber die habe ich auf Medium gesehen von einem Online-Magazin, die noch irgendwelche Screenshots aus älteren Jahren hatten von WhatsApp, wo die ihre Maschinen oder ihre Geräte, wo die ein Backup davon gemacht haben teilweise, und auch eine WhatsApp-Daten. Und Apple hat ja irgendwann diese Family-Container oder Shared-Containers eingerichtet, wo du halt deine Produktfamilie praktisch in einen Container schmeißen kannst, damit die im Betriebssystem miteinander kommunizieren kann. Genau, bei Facebook das Ding halt Facebook Messenger und WhatsApp ist, wo dann der Facebook Messenger zum Beispiel auf die Daten von WhatsApp zugreifen kann, die auf der Festplatte liegen am Gerät. also jetzt am Mobiltelefon. Da schützt halt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vor. Ja, klar. Und damit, das heißt dann, also damit würde ich mal sagen, war das jetzt einfach nicht richtig, was er da auch gesagt hat, dass sie das nicht lesen können, weil es Ende-zu-Ende-verschlüsselung ist. Das ist jetzt nicht die ganze Geschichte. War das für dich ein Grund, bei Facebook auszusteigen? Weil, liebe Hörer, der Julian ist stolzer Facebook-Ex-Facebook-Nutzer. Oder bist du wieder zurückgekommen? Noch sind meine Daten ja nicht gelöscht. Das dauert ja 90 Tage oder sowas. Die werden ja ausgedruckt und in den Schredder geschmissen. Also warum hast du... Nee, keine Ahnung. Was war so der entscheidende Auslöser, dass du dein Profil auf Facebook gelöscht hast? Ich weiß nicht, ob es da wirklich so einen einzelnen Auslöser gab. Irgendwie war es eher so, dass das ganze Ding für mich grundsätzlich immer mehr abgestumpft ist auch. Also ich glaube, das hat so ziemlich damit angefangen, mit dem, dass Facebook die Chronik oder die Timeline nicht mehr chronologisch geordnet hat. Du meinst den Newsfeed? Genau, genau, ja. Und das wurde dann halt irgendwo immer uninteressanter für mich, weil ich wollte halt so quasi Nachrichten oder die Statusmeldung meiner Freunde chronologisch so ein bisschen verfolgen und nicht so, wie es jetzt irgendein Algorithmus für mich vorsehen möchte. Und seitdem habe ich schon mal die nicht mehr so wirklich verfolgt, weil irgendwie war das ganze Ding halt nur noch uninteressant irgendwo. Das ist relativ ähnlich wie das, was jetzt gerade auf Instagram passiert. Das ist glaube ich am spürbarsten, also für mich jedenfalls. Also ich sehe da komischerweise tatsächlich nur Sachen, von denen ich am meisten like, sage ich mal. Also viele Leute, obwohl sie halt chronologisch vorne wären, deren Post sehe ich gar nicht mehr. Genau. Deswegen bin ich immer auf Platz 1. Was habe ich jetzt da zu sagen, Tobi? Du bist tatsächlich auf Platz 1. Ich sag's doch. Ich mache halt auch coole Bilder. Kommt ja auch noch dazu. Hat sich, also was, ich meine, ich habe mir mal vorgestellt, ich wusste ja nur, dass du Facebook gelöscht hast. Und bei mir ist es tatsächlich, ich habe es tagtäglich an. Ich lebe von diesem Newsfeed, den ich habe, weil ich halt ganz viele Nachrichtenseiten, auch was jetzt beruflich zu tun hat, so im Bereich Marketing, PR, ich abonniert habe. Und ich da meine Infos immer komprimiert bekomme. Was hat sich für dich geändert oder verändert, seitdem du Facebook gelöscht hast? Vermisst du es? Ich würde nicht sagen, dass ich es vermisse. Aber was man halt merkt, ist so eine bestimmte soziale Komponente, die so ein bisschen fehlt, grundsätzlich. Aber irgendwie ist mir das auch erst nachher aufgefallen. Nicht, weil ich das nicht mehr verfolgen konnte, was da passiert, sondern eher war das, das war ja so, dass ich in der Zeit, wo ich es gelöscht habe, war ich gerade so auf Heimaturlaub in Südtirol für eine Woche und ein bisschen, acht Tage glaube ich, sowas war es. Und ich habe halt auf Facebook so Service-Meldungen gemacht. Achtung, ich bin jetzt bald nicht mehr hier. Ihr könnt mich noch dann hier, hier und hier lesen oder hier mich kontaktieren. Und das Lustige war halt, dass ich Leute da getroffen habe, dann zu Hause, die mich dann darauf angesprochen haben und das halt wahrgenommen haben, dass ich da jetzt das lösche. Weil, auch wenn die das niemals geliked haben, war es halt doch interessant zu sehen, dass Leute das gelesen haben, grundsätzlich. Auch wenn man nicht so viele Likes bei gewissen Sachen gekriegt hat. Und das ist so ein bisschen die soziale Komponente, die so ein bisschen fehlt, weil man ja Leute so am Laufenden halten möchte, grundsätzlich. Und, aber ich glaube halt auch, dass Facebook da nicht unbedingt die richtige Plattform jetzt ist. Könnte denn Facebook irgendwas tun, damit du zurückkommst? Sich löschen? Also Facebook hat keine Chance, dass du jemals dich wieder dort registrierst. Nee, also ich meine, das Ding... Ich habe es von vielen schon gehört, die Facebook gelöscht haben, zwar nicht aus Datenschutzgründen, sondern weil sie hier und da was am Dreck am Stecken hatten. Und sind immer irgendwie wiedergekommen. Also das Ding, glaube ich, ist eher... Also, wie gesagt, es hat halt keinen so einzelnen Punkt gegeben. Am Ende dieser Datenmissbrauchsskandal, was es ja eher war als ein Datenschutzskandal, also da wurden ja Daten einfach nur missbraucht. Nicht wirklich, dass es da einen Datenschutzskandal gegeben hat, weil das Tool wurde dafür gebaut, dass du Daten rausziehen kannst. Und die wurden dann halt am Ende gegen die Nutzungsbedingungen sozusagen von Facebook missbraucht. Und da stellt sich jetzt Facebook so ein bisschen das, das Opfer. Aber eigentlich, das Tool wurde dafür gebaut. Fertig. Und... Wurde es nicht erst einmal zum Freundevernetzen gebaut? Das wurde mal, das wurde ja mal als hot or not gestartet. Also ich weiß nicht, ob das... Ich erinnere mich. Ob das wirklich zu vernetzen gab. Irgendwie, ich glaube, es war die grundsätzliche Idee, ich glaube, wurden immer zwei Leute gegenübergestellt. Und dieses Jahr hot or not... Facebook, weil du zwei Gesichter hast, die gegenübergestellt wurden. Das war doch so ein Campus. Auf dem Harvard Campus wurden doch die Studenten gegenübergestellt und wer ist heißer. Genau. Aber da waren halt nicht nur Frauen dabei. Das ist auch nicht richtig. Das heißt es zwar manchmal, aber... Es waren Männer auch dabei. Ja, ich weiß nicht, ob das dann am Ende wirklich war. Aber so irgendwie habe ich mal gelesen, dass eben Männer irgendwelche Schweine gegenübergestellt wurden, damit halt jemand, der heute noch bei Facebook ist, dann am Ende eben als der Tollste dastand am Campus. Keine Ahnung. Also so habe ich das so ein bisschen mitgekriegt. Aber am Ende war es halt wirklich der Skandal. Also ich hatte halt immer wieder so viele Punkte, wo ich gesagt habe, jetzt könnte ich es mal löschen. Ich brauche es eigentlich nicht mehr. Dann habe ich Geburtstag gehabt im Januar. Dann haben mir irgendwie über 100 Leute gratuliert. Da kriegst du dann tausende von Benachrichtigungen. Jeden Tag eine neue. Du hast über 100 Geburtstagsgratulationen bekommen? Wie eine Freude hast du denn gehabt? 1.200 oder so. Was? Echt? Ja. Echt? Ich war schon so stolz auf meine 500. Und die kannte ich auch alle. Ja, ich kenne die auch. Ja, ich dachte jetzt nicht, dass da irgendwie Fake-Leute... Nee, nee. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, du bist jetzt nicht mehr auf Facebook. Ich weiß aber, du bist auf Instagram aktiv. Und Instagram gehört ja, wie wir wissen, nun auch zu Facebook. Ja. Wie gehst du damit um? Weil das sind ja die gleichen Richtlinien, gehört mit zu dem Unternehmen. Und Instagram, bist du noch aktiv, oder? Ja. Ja. Aber nur noch... Ich nutze im Grunde nur noch einen Teil von dem Produkt. Und das sind eigentlich nur noch die Storys, weil die sind ja wirklich noch chronologisch. Ja. Und der Rest, den schaue ich eigentlich gar nicht mehr an. Also eigentlich gar nicht mehr. Und ich kriege ja jetzt gerade auch die Meldungen, dass jetzt dann meine Daten dann zukünftig von Facebook Inc. in Irland verwaltet. Nicht mehr von Instagram, wie es vorher war. Und ich klicke das momentan relativ erfolgreich weg. Aber irgendwann, ich glaube, irgendwann ist halt Stichtag, Ende Mai. Ich glaube, es ist sogar der 25. Wo das dann nicht mehr geht. Und ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was ich mache. Aber ich glaube, das läuft einfach aus dann bei mir. Und dann kann ich nicht mehr klicken. Und dann kann ich, ja dann, kann ich halt nicht mehr klicken. Fertig. Du bist vorbei. Und ja, also, ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, das läuft dann eher einfach aus. Ich hoffe jetzt noch ein bisschen, dass irgendwie Flickr so ein bisschen zurückkommt, nachdem die jetzt gekauft wurde von, ich weiß jetzt nicht, wie die Firma heißt, Smakmak, Smakmak heißt die. Okay. Das ist so eine Fotocommunity und dann kommen die ja noch mal zurück. Wie, du meinst, dass sie denn das neue Instagram werden? Ich weiß, ich hoffe es. Keine Ahnung. Warum, warum stehst du so auf Flickr? Nee, aber das ist halt dann so praktisch bis in die europäische Alternative dazu. Eventuell. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Aber, es war schade um WhatsApp, wo die das verkauft haben. Es war schade um Instagram, wo die das Ding verkauft haben. Ja. Da sprichst du gut was an, weil ich würde jetzt gerne mal zum eigenen Datenschutz kommen, zu unserer digitalen Privatsphäre. Du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie lange du dich damit beschäftigst, dass du es so mit Edward Snowden anfing. Die digitale Privatsphäre ist ja für viele Menschen von uns überhaupt nicht greifbar. Also, wenn wir zum Beispiel im realen Leben etwas Privates sagen wollen, ziehen wir uns in einen Raum zurück und sprechen unter vier Augen. Wenn wir aber per Messenger kommunizieren, sagen wir mal, nehmen wir mal einfach mal WhatsApp, sind wir einfach so offen wie nie. Also, wir teilen dort private Nachrichten, manchmal auch Kontodaten, private Fotos von unseren Kindern. Keine Ahnung. Vielleicht auch mal Bikini-Fotos. Vor allem ich. Ja, Bikini-Fotos von Tommy kriege ich einfach ständig. Warum machen wir sowas? Also, wir würden ja nicht auf die Straße gehen, Bikini-Fotos von uns an die Laternen hängen. Warum teilen wir sowas über unsichere Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp? Warum ist es da nicht so greifbar? Warum machen wir sowas? Also, in der Öffentlichkeit machen wir es ja nur, wenn wir dafür bezahlt werden. Also, Models machen, dass sie nur gegen bezahlen. Ja, Tommy auch. Er ist ein Latinisser, ne? Trifft da jetzt das Model aber auch zu? Er hat keinen Kommentar. So, weiter? Können wir die Frage beantworten? Also, ich glaube, das ist eher einfach so, dass Menschen einfach kommunizieren wollen, grundsätzlich, weil sie halt einfach soziale Wesen sind, die sich einfach mitteilen möchten. Einfach, weil ihr Wesen einfach so ist. und so Dienste wie WhatsApp, die haben es halt einfach, die haben es einfach einfach gemacht, muss man sagen. Und, haben halt auch mehr oder weniger jeden so ein bisschen eingebunden, das ganze System. Also, du kannst jeden erreichen und es ist einfach, es wurde sehr viel günstiger, wenn ich noch so zurückdenke, was man an SMS und MMS so bezahlt hat. Ja. Ich fand MMS so geil. Ja. Das habe ich nie so gut. Habe ich aber nur ungefähr sechs von meinem Taschengeld bezahlen können. Dauert eine halbe Minute zum Rausschicken und eine halbe wieder, um das reinzukriegen. Und war ziemlich teuer. Das war ziemlich teuer. Obwohl, in Italien gab es Flatrates dafür. Dann hast du immer gemerkt, du hattest tausend und tausend und wenn jemand die SMS aufgebraucht hatte, dann ging es mit MMS weiter. Ha, okay. Und wie viele Nachrichten schickt man damit? Oder, wie lange kommt man mit 2000 Nachrichten aus? Ist okay. Ja, ist ja auch nicht. Manche Leute schicken ja pro Satz eine neue Nachricht. Heute, oder vorher. Meinst du, WhatsApp hat sich durchgesetzt, weil sie die Ersten waren? Die Ersten, die das auf erstaunlich einfache Weise gelöst haben. Die gibt es ja schon seit 2008 oder 2009. Kostenlos halt. Kostenlos, beziehungsweise diese 90 Cent, die es mal gekostet hat. Hat es tatsächlich, das weiß ich gar nicht. Ich habe zwei Jahre viel gezahlt. Ach, WhatsApp am Anfang hat was gekostet? Okay, das wusste ich ja nicht. Weil ich auf Android war, weil es da früh implementiert wurde und weil ich ziemlich früh da war. Gab es damals? Da habe ich zwei Jahre dafür gezahlt. Ja genau, ich auch wahrscheinlich. Was, was, weißt du, was für andere Chatprogramme zu der Zeit waren? ICQ gab es ja irgendwann, glaube ich, auch mal kurz fürs Handy. ICQ gab es vorher. Gab es vorher, aber fürs Handy erst später, oder? Vor ein paar Jahren erst, ja. Ich habe das ziemlich verpasst, das Ding. Dann gab es wohl irgendwie Blackberry Messenger oder sowas, aber das Problem da war halt immer nur, dass es nur Blackberries war. Ja, klar. MSN gab es ja noch. Stimmt, MSN gab es, Skype. Ich meine, gab es Skype auf dem Handy, Smartphone? Nicht so früh, zumindest nicht zu der Zeit. 2014 startete Wire, finde ich nicht. Also ich weiß noch, wie ich Wire in der Studierendzeit, irgendwo, hatte ich es jetzt gelesen, ich war ja Android-Blogger und da habe ich halt gehört, dass es jetzt einen Messenger gibt, den es auf dem Smartphone als auch auf dem Computer zu nutzen gibt. Und das fand ich ziemlich cool und es war halt mal was anderes, wobei ich mich ehrlich gesagt auch da nicht um Sicherheit gekümmert habe oder geshared habe. Aber zurück nochmal zu der Frage, also wir kommunizieren gerne und vernachlässigen dadurch halt auch so ein bisschen, haben so eine laissez-faire-Einstellung dann gegenüber der Privatsphäre oder ist es uns egal, dass jemand mitliest, aber zum Beispiel, was könnte passieren, wenn Tommy mir sein Bikini-Foto schickt oder seine Kontodaten, seine empfindlichen, was könnte theoretisch mit den Daten passieren? Also was kann damit jemand wirklich anfangen, um mir zu schaden? Also es ist ja nicht so, dass da wirklich ein Mensch sitzt, der dann die Daten durchwühlt, so aktiv am PC sitzt und dir dann zuschaut. Das ist halt, also dafür gibt es einfach zu viele Leute und zu viele Nachrichten, die mal da eben durchgehen. Also es ist halt einfach ein Algorithmus, der das macht, mehr oder weniger. Das Problem ist halt einfach mal das, dass wenn du die Daten irgendwo anders hingibst, dann verlierst du halt die Kontrolle darüber. Das ist ungefähr so, also das ist ja, wenn du irgendwas in die Cloud stellst, dann ist das ja immer noch auf einer Festplatte, nur nicht auf deiner. Das ist eine Cloud. Das ist nur nicht deine Festplatte, das ist alles. Und das ist ungefähr so, wie wenn du zu Tommy gehst und ihm einen Joghurt in seinen Kühlschrank reinstellst und hoffst, dass das nächste Woche noch da ist. Das ist alles. Also so ist das mit einer Cloud grundsätzlich. Das ist ein schön bildliches Beispiel. Jetzt kann ich mir das auch mal langsam vorstellen. Natürlich wäre der Joghurt nicht mehr da. Ja, der wäre ja nicht mehr da oder da hätte jemand reingespuckt. Das kann auch sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Tommy ist, aber grundsätzlich kann das passieren. Ich habe unfassbar Dresden mitbegründet. Grüße. Also du kannst halt dann nicht sicherstellen, wie oft diese Daten kopiert werden, ob sie gelöscht werden, wenn du sie löschen willst oder ob sie wirklich gelöscht werden. Ob sie gelöscht werden, wenn du es gar nicht willst zum Beispiel. das wäre ja auch ein Problem, weil du hast einfach die Kontrolle nicht mehr drüber. So richtig problematisch wird es halt dann, wenn all diese privaten Informationen irgendwo mal dann in so eine einzelne Datenbank zusammengetragen werden. Also nur jetzt mit deinen Bikini-Fotos, Tommy's Bikini-Fotos, Tommy's Bikini-Fotos, da fängst du jetzt halt mal nicht so schnell was an, sagen wir mal, aber das ist jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel mit den Bikini-Fotos, aber grundsätzlich, wenn du die alle mal zusammenfügst, alle Daten, die du so erzeugst und generierst, das können wir halt jetzt gerade so in China so ganz gut beobachten mit diesem neuen Social Scoring-System, was sie da einführen. Das bedeutet was? Also, das bedeutet im Grunde, dass jede Aktion, die du machst, jede Nachricht, die du schreibst, jeden Schritt, den du machst, dass der in irgendeiner Weise gewertet wird, also hot or not so quasi. und du kriegst Punkte für. Und das System, glaube ich, geht so, das Minimum sind irgendwie 600, sind irgendwie 600 Punkte und Wir haben kurz Besuch. Ja. Also Minimum sind irgendwie 600 Punkte und irgendwie 1200 oder sowas, glaube ich, und dazwischen drin wirst du irgendwo gewertet. Und damit wird auch so ein bisschen dein Leben bestimmt, also du brauchst eine gewisse Anzahl, damit du zum Beispiel einen Kredit fürs Haus kriegst, damit du überhaupt einen Kredit kriegst für dein neues Auto. Oh Gott, okay. Wenn du die falschen Freunde hast, dann geht das natürlich direkt runter. Ja, Social Scoring. Genau, also da wird einfach einfach mal alles gewertet, was du machst. Positiv oder negativ. Du kannst natürlich Parteilieder singen, dann geht das Score wieder hoch. Ah, okay. Problem ist halt meistens in den Sachen, wenn du da mal weiter unten bist, dann kommst du nicht mehr so einfach hoch. Also, das ist halt so. Ich meine, das ist jetzt in Deutschland zu einem gewissen Teil auch so, mit der natürlich völlig transparenten Schufa, wo natürlich jeder weiß, wie die wertet. also natürlich nicht. Und da ist es halt auch so, du weißt eigentlich gar nicht, wie die Schufa dich wertet und wie du deinen Score wieder hochkriegst. Also, du weißt eigentlich nur, dass der mehr oder weniger nur schlechter werden kann. Und du kannst den nicht so wirklich nach oben pushen, weil du einfach nicht weißt, wie das geht. Und die Schufa ist halt auch nur ein privates Unternehmen, die das da mit Geld macht aktuell. Ja. Aber Firma das zusammen mit all den Informationen, die der Staat einfach hat. Weil aktuell kauft die Schufa halt nur Informationen. Die kauft die von Kreditkarteninstituten und Data Brokern und was weiß ich. Und führt das dann ein oder Vermieter melden da bei der Schufa was und kriegen natürlich als Gegenleistung die Information, dass der, der jetzt mieten will, liquider ist. Ja. Das ist auch nicht gerade das tollste System. das Problem ist halt, dass man auch hierzulande so ein bisschen auf dem Weg dahin ist. Also das ist ein bisschen der feuchte Traum von jedem Law and Order Politiker, würde ich mal sagen. Ja. Wahrscheinlich. Kurze kurze Frage bezüglich der Daten, was man mit denen machen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Stephanie 30 Bikini Fotos bekomme und sie auf allen Bikini Fotos, also ich kriege sie per WhatsApp, geschickt, wenn ich auf all diesen Bikini Fotos ein Adidas Bikini sehe, könnte theoretisch künstliche Intelligenz zum Beispiel rausfinden, ah ja, Adidas trägt sie gerne und mir das im Facebook Feed als Werbung ausspielen. Wäre das möglich, wenn man es so sieht? Kann sein. Ich arbeite nicht bei Facebook, ich weiß nicht, was die machen. Aber theoretisch würde es die Technologie erlauben, aus Bildern quasi Markennamen rauszufiltern und sie dann quasi bei Facebook weiterzuverwenden und dort zum Beispiel eine Werbeanzeige zu machen, auch wenn, liebe Freunde von Facebook, ihr das bestimmt nicht macht. Also ich meine, zum gewissen Teil passiert das ja auf Facebook, wo Bilder einfach getaggt werden. Wo, wenn du zum Beispiel eine nicht so schnelle Internetverbindung hast, also am Desktop jetzt, dann siehst du, dass du als Platzhalter bei den E-Mails oder als alternativer Text, dann steht, zum Beispiel, da sind jetzt drei Mädchen am Bild, die rumlaufen. Dann steht halt da Mädchen oder Kind, Lachen, Sonne, irgendwas. Also da wird halt das Foto so ein bisschen analysiert einfach. Und das ist dann halt klarerweise ein einfaches, dem noch Gesichter zuzuordnen, weil das hat Facebook auch schon mal gemacht, das mussten die aber in der EU ausschalten. Kommt jetzt aber natürlich wieder. Also die haben in die neuen Richtlinien von der Datenschutzgrundverordnung haben die auch, also mit der Ankündigung davon haben die auch direkt mal die Gesichtserkennung eingefügt. Und das ist jetzt da natürlich ein leichtes, da einfach Logos zu erkennen, klar. Aber ich weiß nicht, ob das gerade passiert, das kann ich nicht sagen, aber wäre möglich, ja, warum nicht? Okay, Herr Smeicham. Also gibt es dafür Belege oder Beweise, dass was man spricht quasi auch Einfluss auf die Honig bei Facebook hat? Aber ich weiß nicht, ob es da, also wir müssen jetzt nicht über Beweise oder irgendwas sprechen, auch gar nicht gegen Hetze, aber das ist theoretisch möglich. Das wäre theoretisch möglich, je nachdem, wie das Betriebssystem das zulässt, klarerweise, ja. Okay. Ich meine, da gibt es ziemlich viele Leute, die das auch schon so ein bisschen beobachtet haben, auch da was so ein bisschen, also ich glaube, T3N hat das sogar getestet, kam da aber nicht zu allzu großartigen Ergebnissen. Okay. Also das ist auch relativ schwierig, weil du weißt halt nicht, wann das eintrifft, ob das überhaupt passiert, aber ich muss halt, also mir ist das auch schon passiert, wo ich über zwei Sachen wirklich nur gesprochen habe und wo ich über die gesprochen habe, aber die nicht bei mir, sondern auf einem Gerät von einer Freundin als Werbung angezeigt wurden, wo ich gesagt habe, ich fände das cool, aber sie hat das dann als Empfehlung gekriegt, inwiefern das das da reinspielt, also ich meine, da kommt halt viel zusammen, weil du kannst halt freigeben, dass das Mikrofon für Facebook freigegeben ist, wenn die App offen ist, also ich meine, da hängt viel zusammen, also je nachdem, wie die Einstellungen sind, aber ob das gemacht wird, weiß ich nicht, also ich habe so ein bisschen was erlebt, aber ich, gut, aber zu wenig, um zu sagen, das ist ein Beweis jetzt. Aber im Endeffekt kann der Nutzer schon auch Dinge in die Wege leiten, damit Services, Online-Services nicht die Daten bekommen, die ich nicht wirklich rausgeben möchte, wie zum Beispiel, indem man das Mikrofon deaktiviert für Services, dass man denen nicht sagt, ja nee, eine Freigabe dafür möchte ich nicht geben, deshalb das Handy irgendwas hören kann, beziehungsweise die App, die man gerade nutzt, und da kommen wir dann zu unserem nächsten Punkt, oder? Genau, ob du konkrete Schritte unternimmst, um deinen digitalen Fußabdruck im Internet möglichst klein zu halten oder zu minimieren, und wie diese Schritte aussehen könnten? Ja, schon, also, das ist so ein bisschen ein Zwiespalt auch irgendwo bei mir, weil ich halt doch irgendwie so recht kommunikativer Mensch grundsätzlich bin, aber im gleichen Moment halt auch so mein Recht auf Privatsphäre hochhalten möchte, und dann pendelt das halt meistens so ein bisschen her, oftmals auch von einem Extrem ins andere, wo ich dann auch irgendwelche Dienste mal exzessiv nutze, um die einfach auch mal auszutesten, um zu sehen, was das so kann, aber im gleichen, oder im nächsten Moment das schon wieder komplett runterschmeißen und hin wieder nutzen. Ja. Also, ganz verschieden, aber ich weiß nicht, es gibt so grundsätzlich so eine Reihe an Tools, die ich für verschiedene Zwecke so nutze, wir haben ja, also die meisten nutzen wahrscheinlich Google irgendwo, Deutschland jetzt nicht ganz so viele, wie jetzt in den USA teilweise auch, aber da nutze ich zum Beispiel DuckDuckGo für, mache deine Suche nur darüber, das hängt halt einfach auch damit zusammen, dass zu einer Suchmaschine ist man halt am ehrlichsten, weil wer sucht schon nach falschen, nach Sachen, die er nicht gerade denkt und das ist halt manchmal so ein bisschen wie ein Gedächtnisprotokoll, wenn man seine Browser-Historie durchschaut und auch die Suchhistorie stimmt, ja und das muss ich nicht unbedingt mit einem Konzern teilen, was ich so denke. Also da gibt es ja auch Geschichten, dass teilweise Frauen, die nach einem Schwangerschaftstest gegoogelt haben, wo Google vor dem Vater überhaupt wusste, dass die jetzt schwanger ist zum Beispiel, klarerweise, weil man ist halt meistens zu Google einfach ehrlicher als zu zum eigenen Freund zum Beispiel jetzt in dem Falle. Und den lügt man auch eher mal an, würde ich mal sagen. Gibt es noch andere Tools, wie wir unseren digitalen Alltag ein bisschen sicherer gestalten können, die du empfehlen würdest? Ja, also ich meine, wir lassen das so ein bisschen auf Kommunikation eingrenzen, also ich habe da ziemlich viel, wo ich auch so grundsätzlich einfach so ein bisschen tracke, was bei mir zum Beispiel an Verbindungen rausgehen vom jetzt zum Beispiel am PC hier. Little Snitch? Little Snitch in dem Fall. Ich auch, das brauche ich auch. Das ist mir sehr wichtig. Was aber natürlich auch wieder ein bisschen komplex werden kann, weil man ja nicht nicht immer weiß, okay, was ist denn jetzt das gerade? Also ich meine, das ist jetzt schon ein recht fortgeschrittenes Tool grundsätzlich oder eine recht fortgeschrittene Einstellung da dann, wenn man einfach dann Sachen unterbindet, wo man eigentlich nicht genau weiß, was das ist, das kann dann natürlich auch mehr schaden als andersrum. Wenn wir das irgendwie so auf Kommunikation begrenzen, ist es halt also klar, Messenger benutze ich jetzt eigentlich hauptsächlich Wire. Auch schon vor meiner Zeit bei Wire muss ich da anmerken. Was sind Datenschutzgründen? Ja, doch. Und weil ich halt den Messenger einfach brauchbarer fand als andere. Einerseits Hübscher. Also ganz neutral gesagt, ich finde Wire auch sehr viel hübscher als viele andere Messenger. Also bei mir war es hauptsächlich auch das Ding, dass ich das am PC nutzen kann. Genau, wie ich gesagt habe, das waren meine ersten Schritte, die ich mit Wire gemacht habe. Aber es hat halt keiner damals genug. Weil zu der Zeit gab es auch WhatsApp nicht, dass man das am PC nutzen kann. Das kam auch relativ spät erst bei WhatsApp. Ja, Und du musstest halt trotzdem immer noch mit einem Mobiltelefon-Pären. Und da bin ich natürlich ziemlich gut drin, weil ich ich glaube vier verschiedene SIM-Karten habe aus vier verschiedenen Ländern. Und dann hast du irgendeine Nummer bei WhatsApp. Und das heißt dann, bei mir in dem Falle, muss ich den Leuten verschiedene Nummern geben. Das heißt, ich gebe dir jetzt eine Nummer, damit du mir bei WhatsApp schreiben könntest. Plus, wenn du mich anrufen willst, dann musst du bei der Nummer anrufen. Und so geht das dahin. Und ich habe schon mal Menschen zu der Zeit noch irgendwie drei verschiedene Nummern gegeben, wo die mich dann auch jedes Mal erfolgreich auf der falschen angerufen haben. Eine von den 1200 Bekanntschaften. Vermutlich. Ich habe noch eine letzte Frage, vielleicht auch noch mal ganz wichtig, was ist mit E-Mails, also E-Mails Verschlüsselung, ist das notwendig, ist das wichtig, wie kann ich sozusagen, wenn ich jetzt privat, ich habe zu Hause auf meinem Rechner Thunderbird, kann ich den verschlüsseln, ist das notwendig, was würdest du sagen, was würdest du mir raten? Ja, ich würde mal sagen, warum nicht, schadet ja nicht. E-Mails werden ja bis zu einem gewissen Teil schon verschlüsselt, würde ich mal sagen, weil die werden ja auf einem Transportweg verschlüsselt heute bei den allermeisten Anbietern, so wie ein Brief einfach. Trotzdem werden die halt immer vom Hausmeister dann geöffnet. Das ist halt in dem Moment der E-Mail-Provider. Das heißt, zwei Leute oder zwei Unternehmen wissen schon mal was über dich. also dein E-Mail-Anbieter und der andere. Ja, genau. Und die werden von dem geöffnet, von diesem Hausmeister, würde ich den mal nennen, und auch eingesehen. Deswegen werden halt E-Mails auch meistens so als Postkarten angesehen. Und ich weiß halt nicht, ob man da wirklich einen Unterschied zu anderer Kommunikation machen muss, weil ich meine, in E-Mails liegt halt ziemlich viel Privates rum, wo man Sachen mit rekonstruieren kann. Also ich kriege zum Beispiel Bestätigungen, dass ich gerade meine Fahrt mit Cooper abgeschlossen habe. Ich kriege eine Bestätigung, dass ich gerade den Flug gebucht habe. Ich kriege, also man kriegt halt unmöglich viele Bestätigungen und Sachen in sein E-Mail-Postfach. Und da hast du dann halt schon so einen ganzen Tagesablauf einfach mal drin. Ja. Kann man auch schön nachverfolgen, was du so am Tag machst und was du planst in dieser Zeit. Ja. Also ich glaube, da kann man ziemlich viel rekonstruieren, was man eigentlich nicht möchte. Aber ich meine, da ist jede Bestellung einfach drin. Ja. Kannst du gerne mal was bei Amoreli hier bestellen und dann geht's los. Du weißt, was du welche Werbung kriegst. Ich habe am Wochenende, witzig, witzig, dass wir darüber sprechen, aber ich habe tatsächlich am Wochenende zwei Stunden lang mal geguckt, warum ich so viele E-Mails in meinem Postfach habe und habe mich von Newslettern abgemeldet. Ah, das ist ein Das war ein Ritt und ich war da auf Seiten, wo ich dachte, ja hier ausgetragen, da ausgetragen. Meistens hat sich der Anbieter, wo ich quasi auf dem Verteiler gelandet bin, wiederholt, bloß halt einfach von einem anderen Unternehmen. Das ist halt echt krass. Ja. Was ich bei den Tools noch anmerken würde, also was da ganz, ganz oben ist im Grunde, was bei jedem ganz oben sein sollte, sind einfach Werbeblock grundsätzlich, weil einerseits aus privaten Gründen und einerseits auch aus Sicherheitsgründen. Ich meine so ein Adblock oder was? So ein Adblock. Ist aber, habe ich installiert, aber für manche Seiten muss ich den leider ausstellen. Ja, dann verlasse ich halt die Seite. Spiegel Online zum Beispiel, da musst du den Adblock ausstellen, weil sich die Seite natürlich darüber finanzieht. Adblocking an sich ist nochmal ein Thema für sich, weil da ist ein ganz schöner Rattenschwanz drin. Aber das Ding ist halt auch, dass da, also, dass das ganz schön auf die Sicherheit auch geht, weil viel Spaß, wenn da eine Werbeanzeige drin ist, die halt ein Virus enthält oder irgendwelche Malware enthält. Das gab es schon und das ist ein ziemliches Risiko. Was heißt Malware? Also was könnte passieren, wenn dort eine Werbung ist mit einem Virus drin, muss ich raufklicken, damit sich der Virus bei mir auf dem Computer entfacht oder wie sieht das aus? Also da gab es vor ein paar Monaten, glaube ich, war das, gab es da so eine Werbeanzeige, die die ersten zwei Wochen ganz normal eingespielt wurde, das war eine ganz normale Anzeige und dann wurde die halt geändert. Die wurde halt wahrscheinlich, auch glaube ich, nur beim ersten Mal so richtig überprüft, was das jetzt ist und dann wurde die geändert und da war halt dann so eine Malware drin, die eine Sicherheitslücke ausgenutzt hat, wenn das Bild nur angezeigt wird. Genau, das wollte ich wissen. Genau, und dann war das ganz spannend, zu sehen, was da so bei vielen Leuten rauskam dann am Ende. Also da waren halt dann mal schön PCs gesperrt und Ach echt? Ja. Also das ist auch eine Sicherheitslücke, es ist jetzt nicht nur Datenschutztechnik. Kommt deine Versicherung für auch, wenn ein Virus dein PC hackt oder wenn dein PC gesperrt ist? Ich glaube nicht, wer soll dafür bezahlen? Ja eben, es ist so das Ding, also da hast du halt komplett ins Klo gegründet. Deine eigene Nachlässigkeit, also Also irgendwann müssen sich halt auch viel online und so mal ehrliche Geschäftsmodelle überlegen. Also nur mit Werbung geht es halt nicht. Ja. Und meinst du, dass wenn wir jetzt mal zurückkommen zum Thema Datenschutz und meinst du, dass die Thematik DSGVO bedeutenden Einfluss haben wird auf das, was in der nächsten Zeit passieren wird? Ich meine, sogar die liebe Frau Merkel hat sich jetzt dazu geäußert und die Umsetzungsschwierigkeiten thematisiert. Wie siehst du das? Hat die DSGVO eine Chance, um auch bei uns normalos wirklich das Bewusstsein dafür zu stärken, ey, pass auf, was mit deinen Daten passiert? Ähm, Wobei hilft sie? Ich würde mal sagen, das war, also bisher war es ja auch schon so, dass man einfach Rechte hatte, die man einfach nur mal wahrnehmen musste. Aber trotzdem war halt das Problem, dass man, einfach das Beispiel war da zum Beispiel Max Schrems, der hat ja gegen Facebook geklagt, wo? In Irland, also fremdes Land, fremde Gerichtsbarkeit, einfach nur aus dem Grund, weil Facebook da saß, er aber irgendwo aus Wien kam. Und, ähm, die Datenschutzgrundforderung macht das einfacher. Also, du musst dann nicht mehr dort klagen, wo das Unternehmen ist, sondern du musst einfach nur solche Verstöße mal, ähm, bei den jeweiligen Datenschützern im eigenen Land anmelden. Die prüfen das dann. Und, da würde ich einfach mal sagen, dass die Datenschutzgrundforderung den EU-Bürgern einfach ein Tool in die Hand gibt, um, um einfach gerecht wahrnehmen zu können. denen einfach wieder mehr Kontrolle zurückgibt. Ähm, das ist, das ist auf jeden Fall ein Versuch, klarerweise, einfach wieder den Leuten wieder ihre Kontrolle zurückzugeben, ähm, damit die einerseits wissen, welche Daten gespeichert werden, andererseits natürlich auch, ähm, dass die erstmal einwilligen müssen, dass die Daten immer gespeichert, oder nicht nur gespeichert, also, also, wie würde es jetzt ablaufen, wenn ich jetzt, ähm, und wenn mich jemand zu seinem Newsletter hinzufügen wird, äh, will? Ja. Wie läuft das ab? Ähm, also, das Problem vorher war ja zum Beispiel das, dass du in den Newsletter eingetragen wurdest, obwohl du da dich nie eingetragen hast, unter Umständen. Ähm, das kann jetzt auch so sein, dass Steffi dich in den Newsletter einträgt, weil sie glaubt, dass das für dich interessant ist. Das willst du ja gar nicht, unter Umständen. Außer Bikini-Werbung. Das ist okay. Außer Bikini-Werbung. Ähm, und da ist es heute halt dann so, dass... Aber wenn ich es wollen würde, würde es sich ja jetzt ändern. Genau, klar. Also, dann ist es jetzt halt so, dass du trägst dich in den Verteiler ein, sagst dann, ja, bestätigen, also, auf der Webseite, dann kriegst du eine Mail, wo dann drinnen steht, hallo, hier, da hat sich gerade jemand eingetragen, wenn das du warst, dann bestätigen wir hier, nochmals. Also, das ist dieser Double Opt-In. Mhm. Das kommt dann, also, das wird dann bei allen Newslettern so sein. Deswegen kriegen wir heute auch ziemlich viel Mails, wo gefragt wird, kannst du uns das nochmal bitte bestätigen, weil wir haben das damals nicht gemacht. Genau, das betrifft jetzt auch Leute, die sich vor fünf Jahren für Newsletter betroffen, äh, betroffen haben, sich vor fünf Jahren für eine Newsletter registriert haben, die müssten jetzt nochmal kontaktiert werden, ob sie dringend bleiben wollen, ja. Genau. Genau. Ähm, ja, so schaut das aus. Okay, also wird das für uns alle ziemlich viel Bestätigung, ziemlich viel E-Mails verschicken. Ja, also, wir müssen ja keine verschicken. Geht das auch, könnten die mich auch anrufen, wenn sie Lust haben? Ähm, das kommt auch so ein bisschen darauf an, also das ist, Anrufe sind ja in der EU immer schon ein bisschen schwer gewesen. Okay. Dass man da einfach mal anruft irgendwo, aber grundsätzlich ist es immer so eine Abwägung, also, ähm, ob das für den anderen denn interessant sein könnte, das muss man natürlich irgendwie gerade belegen, ob das das für den interessant ist. Ähm, und ich meine, die ganze Datenschutz-Grundverordnung bringt so eine Abwägung mit sich, also das, da ist es dann nicht mehr so, dass man einfach sagt, ich speichere jetzt all diese Daten, sag du mal bitte ja dazu. Dann muss man dann auch, als Unternehmen dann auch einfach abwägen, ob ich das denn alles brauche. Also das ist jetzt nicht mehr dann so, gib mal hier deine Körpergröße, dein Gewicht an, weil du willst ja hier bei uns, ähm, über Schuhe informiert werden. Das ist dann, das sind dann personenbezogene Daten unter Umständen, die du nicht brauchst. Und das ist halt dann auch sowas, was du einfach dann mal bei so einem Datenschützer dann melden kannst und die dann das einfach verfolgen. Ja. Okay. Ähm, da ist mir noch eine Frage gekommen, genau. Nicht eine Frage, sondern eine Aussage und zwar habe ich auch gehört, dass es im Bereich Visitenkarten schwierig wird. Du musst jetzt quasi auf jeder Visitenkarte, die du bekommst, musst du rauf, also müsstest du theoretisch raufschreiben, wann du die bekommen hast und dass du die von der Person bekommen hast, wenn du die Daten irgendwie einfliegst oder so, dass die Bestätigung drauf hast. Also es ist halt so ein Rattenschwanz, der sich da, ähm, noch hinterher zieht, der jetzt mit der DSGVO kommt und, ähm, diesbezüglich, ähm, habe ich auch des Öfteren das Schlagwort E-Privacy gehört. Ähm, was macht denn, oder was soll denn die E-Privacy-Verordnung anders machen? Ähm, ich weiß, dass diese E-Privacy gar nicht noch, noch gar nicht fest ist, wann sie kommt und ob sie überhaupt kommt, aber was ist denn der Ansatz dahinter und, genau. Ähm, also der originale Plan oder der ursprüngliche Plan war ja der, dass Datenschutz Comfort und die E-Privacy zugleich kommen. Also 25. Mai beides. Okay. Ähm, aber die E-Privacy hat sich da halt ziemlich verzögert oder sagen wir, etwas verzögert, ziemlich wäre jetzt Jahre, würde ich mal sagen, also das glaube ich ist noch okay. Ähm, aber die wird wohl Ende des Jahres verabschiedet werden und die erste Version geht halt wirklich in, glaube ich mal, in eine gute Richtung. Ähm, der Unterschied ist einfach der, dass die Datenschutz Comfortung ist so allumfassend, also die betrifft jetzt nicht nur Internet, sondern die betrifft halt alles, hier Visitenkarten zum Beispiel. Ähm, und gibt halt einfach Unternehmen eine Dokumentationspflicht auch mit, wie bei Visitenkarten, dass man einfach dann sagt, okay, ich habe hier das Einverständnis gekriegt, hier, da und da. Ähm, und das ist halt ziemlich allumfassend und die E-Privacy hingegen ist halt, ähm, erweitert die Datenschutzgrundverordnung so ein bisschen, ähm, und bezieht sich halt nur auf elektronische Kommunikation. Also, im Grunde ist die Datenschutz, also die, Quatsch, die E-Privacy ist im Grunde der Nachfolger von diesem Cookie-Gesetz, was wir ja kennen von sehr vielen Webseiten, wo dann steht, Achtung, diese Webseite verwendet Cookies. Willst du mehr erfahren oder ist okay? Ist okay, klar. Dann machst du okay. und, ähm, die, das ist im Grunde jetzt der Nachfolger und die regelt halt dann jetzt nicht mehr nur, dass du deine Webseitenbesucher über Cookies informieren musst, sondern auch zum Beispiel, ähm, allgemeine elektronische Geräte, Verarbeitungstechniken oder die Browse-Einstellungen. Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen ein Thema, wie privacyfreundlich oder wie viel Privatsphärenschutz soll ein Browser standardmäßig haben. Also wenn du den das erste Mal installierst, dann gibt es halt Standard-Einstellungen, die dann mit der neuen E-Privacy strikter sein werden als heute. Zum Beispiel, dass Cookies nicht mehr von allen Seiten akzeptiert wird, sondern nur noch von denen, die du besuchst, zum Beispiel. Weil vorher war es ja so, wenn du auf Spiegel Online gehst, dann kriegst du mal 90 andere Tracker rein, wo einer davon eventuell Facebook ist und die setzen halt ein Cookie für dich. Und obwohl du die Seite gar nicht besucht hast. Und ähm, der aktuelle Vorschlag geht halt in die Richtung mal, dass sowas dann nicht mehr bei Standard im Browser eingestellt ist. Also das ist im Grunde eine Erweiterung einfach zur Datenschutzkonform. Okay. Und je strikter die ist im Grunde, desto stärker wird so dieses gesamte Gesetzesbündel, würde ich mal sagen. Okay. Und ähm, um dieses ganze Thema noch zum Ende zu bringen, ähm, äh, Moment, jetzt kommt's, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Mhm. Inwiefern kann uns denn eine Ende-zu-Verschlüsselung Ende-zu-Ende-Verschlüsselung helfen? Ich meine, viele kennen das aus WhatsApp, dass die Nachrichten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind. Ähm, was bedeutet das A genau und, ähm, B, ähm, sind Sie ein wesentlicher Bestandteil unserer zukünftigen digitalen Privatsphäre? Kannst du das so beantworten? Ähm, also ich kann dir mal sagen, was es bedeutet. Ja. Bitte, ja. Wir können da mal anfangen. Äh, ganz einfach. Also im Grunde, was da passiert ist, einfach das, dass du eine Nachricht, die du versenden möchtest, auf deinem eigenen Gerät verschlüsselst. Das musst du jetzt, also, wie es jetzt bei Messengern ist, ähm, machst du das ja nicht wirklich aktiv, sondern das macht der Messenger mit seinem Programmier-Code, mit seinem Crime-Code einfach für dich. der verschlüsselt die Nachricht, schickt sie zwar über einen Server, der aber damit nichts anfangen kann, außer dass er weiß, wohin er das schicken muss, ähm, an eine andere Person. Ja. Die kann das wieder entschlüsseln, weil du das genau für diese Person, ähm, weil du praktisch den Auftrag gegeben hast, verschlüsselt das für diese Person. Mhm. Und nur sie kann das entschlüsseln. Und nur sie kann das entschlüsseln. Und, ähm, was da dann häufig auch mit, ähm, mit einspielt darin, ist, dass neue Geräte zum Beispiel, ja nicht darf, also dass die Nachricht nicht für neuere Geräte, die in Zukunft dazukommen, verschlüsselt wird. Und, ähm, das heißt wirklich nur für einen aktuellen Zeitpunkt, die Geräte du hast, dafür ist es verschlüsselt. In den allermeisten Fällen. Das kann man natürlich auch lösen, wenn man Backups überträgt und so weiter. Mhm. Aber grundsätzlich, so wird es funktionieren, ja. Und, ähm, also ganz kurz gesagt, einfach nur der Sender und der Empfänger können es lesen. Fertig. So, keiner dazwischen. Und ist es dasselbe, wie wenn ich eine E-Mail verschlüsselt? Wenn ich jetzt einen PGP mal kurz in den Nerd-Slang abzudriften, also es gibt ja auch die Möglichkeit, E-Mail zu verschlüsseln. Ist es auch Ende-zu-Ende verschlüsselt oder ist es ein beliebiger Verschlüsselungsalgorithmus, der sich darum kümmert, das zu sichern? Ähm, ja. Es ist grundsätzlich auch Ende-zu-Ende verschlüsselt. Okay. Worin er sich halt unterscheidet, ist der Algorithmus, wie es funktioniert. Also, PGP ist es ja so, du hast einen Schlüssel, hast zwei Schlüssel, einen privaten, einen öffentlichen und du verschlüsselst immer nur für diesen einen Schlüssel. Das heißt, du musst immer den, du musst den gleichen Schlüssel auf Schlüssel auf mehrere Geräte verteilen. Ja. Was schon mal ein Sicherheitsrisiko ist, weil du kopierst deinen eigenen Schlüssel auf andere Geräte und musst den irgendwie hin und her schicken, auch klarerweise. und du hast ja halt wirklich immer nur diesen einen Schlüssel und wenn der mal offengelegt wird, dann kannst du die Kommunikation der letzten 20 Jahre und der nächsten 20 Jahre mitlesen. Und wie wir halt heute wissen, ist halt PGP auch, oder hat eine Sicherheitslücke, da wurde ja eine jetzt recht. Stimmt, brennt aktuell. Ich habe jetzt das ganze Ding nicht so ganz verfolgt, aber die ersten Meldungen, die ich da so gesehen habe, war, dass der private Schlüssel teilweise mitgeschickt wurde, was natürlich der Super-GAU ist. Natürlich. Und ja, und um einfach zu sagen, Messenger wie jetzt Wire zum Beispiel macht das ein bisschen anders, da wird einfach jede Nachricht mit einem Schlüssel verschlüsselt. Und das heißt, ein kompromittierter Schlüssel ist dann nicht so viel wert, außer diese eine spezielle Nachricht, was dann verschmerzbar ist. Weil wir die Nächsten nicht weiß und die Vorrägen nicht weiß. Also du würdest eher Messenger nutzen als E-Mails. Richtig? Kann man das so sagen? Man kann E-Mails nicht für alles ersetzen, aber grundsätzlich ja. Ja, und ich glaube, damit haben wir einen schönen Bogen zu unserer letzten Frage, und zwar ob Datenschutz tatsächlich endlich wie auch immer im Mainstream angekommen ist. Was würden wir sagen, liebe Diskussionsrunde? also derzeit noch nicht ganz, aber es geht derzeit doch in die richtige Richtung, oder wie seht ihr das? Also ich glaube halt, dass es einfacher wird für Leute ihrem Recht Recht zu geben einfach, also dass die einfach die richtigen Tools jetzt so ein bisschen in die Hand kriegen mit den neuen Verordnungen auch. Die Tools stellen sich ja auch danach auf, also sie werden wahrscheinlich auch mehr das dem User einfacher machen, sicher zu kommunizieren, also ich meine jetzt auch schon die Gesetze teilweise als Tools sozusagen und auch irgendwelche NGOs, die sich auch gerade formen, um diese Gesetze durch zu ja einzufordern einfach, also Max Schrems hat ja jetzt eine neue NGO gegründet, Gesellschaft für Freiheitsrechte gibt es auch, die ja ziemlich aktiv sind und es wird einfacher sein Recht aufzusetzen dann auf jeden Fall. Ja, also die Leute müssen zwar noch selber was machen, aber die haben halt die einfachen Möglichkeiten als noch vor Jahren. Ja und jetzt auch mit der ganzen Berichterstattung in den letzten Wochen, Monaten auch, denke ich, dass sich dieses Bewusstsein immer mehr schärfen wird, dass es in die Richtung sicherlich, ich denke mal so, die Welt wird nicht komplett Datenschutz sicher sein, das ist glaube ich utopisch jetzt zu sagen, auch nach dem, was wir von dir erfahren haben, aber wir gehen, glauben wir, in eine gute Richtung und damit würde ich Schwerfi das Wort geben. Und, um nochmal den Wohng zu schaffen, wir schaffen uns nicht nur einen Offline-Raum, wo wir in Ruhe reden können, sondern haben heute auch die Möglichkeit, einen digitalen Raum privat zu kommunizieren, ohne, dass jemand mitliest, der nicht mitlesen sollte. In diesem Sinne, unsere Folge war auch dieses Mal wieder Ende-zu-Ende verschlüsselt. Ne, wir danken dir sehr für diese Infos, die du uns heute geben konntest. Ich habe eine Menge heute gelernt. Vielen, vielen Dank, Julian. Also auch für mich nochmal, dass du das alles auch so schön einfach erklärt hast. Nein, vielen Dank. Es war schon arg nerdig heute. Es war nerdig auf jeden Fall. Aber wir versprechen euch, es geht auch mal wieder nicht nerdig. Seid gespannt, was wir als nächstes dabei haben. Wir sagen tschüss und danke, Julian. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte für die Schlussworte. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir sind ja bei dir eigentlich. Stimmt. Denn wir sind im Doppelpack mit Julian, Steffi und Tommy. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.